so willkommen zurück bei pflanzen gegen zombies dem let's play wir haben letztes mal den unheizpilz freigeschaltet und sind immer noch bei nacht ist natürlich nicht so nice aber was soll ich machen war so wir brauchen das und das so dass es unser team ab jetzt immer und los geht's okay auf die plätze fertig pflanzen so sonnenpilz und pustepilz in die mitte so sonnenpilz erstmal sonnenpilz erstmal nur sonnenpilz mikrofon ok wir haben die falsche reihe gesetzt aber ist ja egal der hat ja sowieso nur eine gewisse range ab der er greift so wir bauen dann auch wieder die angsthasenpilze könnt ihr wissen aber erst muss man wie gesagt sonnen bauen vorher ist hier nichts ich hoffe auch dass alles wieder stimmen mit der aufnahme das wäre sehr schön wenn das alles klappen würde jetzt kam das wird so da fangen wir hier unten an mit dem angsthasenpilz nein ah das habe ich falsch gesetzt ja ne das muss korrigiert werden da muss nämlich hierhin da muss ich korrigieren weil sonst war das hier nix so wo kommt denn nix da unten und oben oh oh da hab ich ne sonne liegen lassen oh 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 hab ja so viele so pats 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 alle werden abgeschossen alle werden getroffen oh da unten kommt ein ding ins das ist natürlich jetzt ein zeichen dafür zwei große pilze brauchen damit hier irgendwas läuft so wir nehmen schon mal den grabfresser dann kümmern uns um so ein grab so die reihen wird jetzt auch abgerissen und abgegradet so also pflanzen gegen zombies wie gesagt ein rechten eises spiel kauft es euch ist zurzeit im steer summer deal ach das seht ihr das wie so zu ende wenn ihr das wieder seht aber wenn ihr euch da gekauft habt ihr macht wirklich nichts weil oder kauft euch für paar cent oder ein euro glaube ich kostet fürs android phone kauft euch das smartphone da kann ich es sogar noch mal empfehlen als für ein pc weil ihr seht ja hier keine hd grafik hier sind ränder auch alle das habt ihr an der android oder ios version nicht weil die ist für hd optimiert und das ist wie gesagt sehr schade und dass die das nicht bei ähm beim pc gemacht haben das verstehe ich bis heute nicht aber man muss ja vieles im leben nicht verstehen so also die welle wird eigentlich locker flockig abgewehrt die dürfte eigentlich überhaupt kein problem werden seht ihr kein problem so zack und wieder eine münze und wir müssen auch geld sammeln weil geld ist mangelware egal wo geld ist immer mangelware so bauen wir hier so einen hin greift wie gesagt auch schon jahren war eine dumme idee weil er muss hier hin so blubber 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 bernd so da seht ihr auch wie kaputt die gemacht werden hier drei solche dinge habe ich hier sogar stehen so so oh da fehlen autos und fahre sogar mal die sonnen kennt man ja gar nicht so oh da kommt michael jackson und da verliert eine goldmünze ja michael jackson hat ja manchmal schon geld ach eigentlich sind wir schon total op ok wir haben gar keine kirche sehe ich gerade so habe ich gerade das ganze getfer verballert oh jetzt wird die kirche richtig nice oh oh ich brauche die kirche eine kirche aber ich bekomme dieses shit schade ich bekomme sie leider nicht schade das wars schon wieder war eine recht geile runde das muss man dem spiel lassen ok und wieder ein notiz aber welche hallo wir kommen gleich auf ein häppchen vorbei wären eis und gehörende ok herzlich die zombies so und da seht ihr wieder ist der footballer mit dabei und der ist ganz schön stark aber das tut uns nicht interessieren denn wir haben hier und setzt sich da wo er am nächsten ist muss er einmal eigentlich zerstört werden boah den kenne ich gar nicht warte mal was macht denn der nochmal unheilspilz ich weiß das gar nicht packen wir einfach mal hin wats ah ok ist nicht gerade un-up so packen wir mal hier hin was macht der krater da kann ich glaube ich nichts drauf setzen oder wenn ich mich recht entsinne war das glaube ich so watsch und da ist alles kaputt oh michael jackson kommt wieder apa so So, wir haben auch in jeder Reihe hier so ein Ding ins Pilz, ach wir sind da eigentlich total gut ausgerüstet, ach die Löcher gehen noch wieder zu, okidoki, oh jetzt hab ich hier aufpasst, ja jetzt sind wir den Fresseroort nicht weg mit, hab aber Klick gehort, oh jetzt kommt schon wieder mein Gejax ne, hab ich noch irgendwas glaub ich setzten können, oh hier noch so ein Stinkpilz, ne den können wir auch mal setzen, glaub ich jetzt einmal benutzt wird, so die Hypno Pilze die sind wie gesagt, eigentlich total fail, aber naja man kann sie ja mal benutzen, aber wir haben so viele Unheilspilze, sag, ich werde anfangen, kaputte. So, zwei Grabfresser Ist dann immer gut Doppelheld besser Aber Da muss ich gleich einen dritten nennen So, da haben wir den auch besiegt Den Bobby Den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock Und das ist eigentlich ja recht nah ist Wenn man so viel Geld bekommt Ja, einfach irgendwo setzen Ja, die Sniper wieder Bats, Junge Bats, Junge So Packen wir hier noch den Angsthandspilz hin Der ist eigentlich immer recht nice Also den kann man immer untun Ja, packen wir das mal hin So Der kommt sowas leicht nah Aber unten nur leicht nah So Merkt schon Geht schon ein bisschen was ab Bats, Junge Zwei Unheilspilze Oh, nice Und Bäm, Junge Und was haben wir da Na, was ist das denn Kost 25 Sonnen Das Zährosenblatt Ermöglicht dir nicht Wasserpflanzen darauf zu platzieren Oh, wir sind wieder am Tag Sieht aus, da hätten die Zombies genug Von deinem Vorgartner Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen Zu einem Übel kannst du diesmal Keine Pilze benutzen Die Pennen tagsübernehmen nicht Ist das nicht zu leben nicht? Ne, ist es nicht Ja, genau So Wir brauchen Das 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 Und Das Und Hm, was nehmen wir mal noch mit Ja, nehmen wir den mit So Auf die Plätze fertig Pflanzen So Wir brauchen erstmal alles schön voll mit Pflanzen Dachte ich zumindest Jetzt müssen wir uns wieder um den Zombie kümmern Hm Naja Okay, das ist ein Vorteil von der Nacht Da kann man einfach Dinge setzen Wieder kann ich keine Blume setzen Brains Brains Das ist ein Vorteil, 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 das ist ein Vorteil